...18 Uhr sehen würde von euch. Genau, 18 Uhr hier am Donnerstag. Und ich glaube, wir haben den ersten Shitstorm von den Medien, haben wir bis jetzt überstanden. Und das finde ich total geil. Und das hat auch einen Applaus verdient. Und es hält sich so ein harter Kern, der immer wieder hierher kommt. Und das ist eine super Stimmung hier. Ich finde das super von euch, dass ihr an einem Dienstag auf unsere Montagsthema kommt. Dafür dürft ihr euch selbst einen Applaus geben. Das ist super cool für euch. Und ich möchte noch ansprechen, dass ich heute gehört habe, dass das Auswärtige Amt eine Warnung für die Ostukraine ausgegeben hat. Also in meinen Augen bewegt sich da was, wenn man die Truppenbewegung zieht nach Osten. Da ist was im Busch, da passiert was und es sollte jeder wachsam sein und weiter im Internet verfolgen, was da passiert hat. Und auch, was der junge Mann, der eben schon eine super Rede gehalten hat hier, auch schon gesagt hat. Guckt alle, dass ihr das nächste Mal jemanden mitbringt. Wir müssen mehr werden halt. Und das Ganze hat Potenzial halt und da ist was drin. Danke euch. Vielen Dank. Ja, hallo. Was die Nachrichten und alles betrifft, was jetzt im Fernsehen, im Rundfunk und überall kommt, kann ich nur eins sagen. Bleibt im Frieden. Wenn Friede in euch ist, kommt es auch nach außen. Danke. Danke.